In diesem Video wollen wir uns mit Interaktion beschäftigen, also mit Interaktionsdesign und hier sind wir inspiriert davon, wie Menschen miteinander interagieren, das heißt von der Kommunikation. Sprich, wenn wir darüber nachdenken, wie der Mensch mit einem Computer optimalerweise interagieren möchte, dann führt das oft zurück zu der Art, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander kommunizieren und wir schauen uns dafür, um das zu verstehen, in diesem Video ein paar Interaktionstechniken an, begreifen, was Interaktionstechniken eigentlich sind, was sie können und schauen uns dann am Ende das Konzept der natürlichen Interaktion an, als ein schönes Beispiel für Interaktionsdesign, das uns quasi erlaubt, mit dem Computer ganz natürlich umzugehen. Und zwar am Anfang Interaktionstechniken, um Dateien auszuwählen. Das machen wir ganz häufig und wie können wir das tun? Interaktionstechniken könnten zum Beispiel nämlich sein, dass wir die Maus bewegen, dann klicken und über die Videos ziehen oder aber das erste Video auswählen und dann über Shift das letzte. Eine dritte Möglichkeit wäre hier Steuerung A. Das heißt, wir haben drei Techniken, drei Interaktionstechniken, die uns erlauben, hier Dateien auszuwählen. Und wir können aber noch mehr. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung zwischen Technologie, also der Maus und den Interaktionstechniken, also den Arten und Weisen, wie wir mit dieser Maus bestimmte Aufgaben erfüllen können. Und bei anderen Modalitäten sieht sowas natürlich ganz anders aus. Das heißt, wir können natürlich mit der Maus interagieren, mit der Tastatur, können aber auch mit unseren Augen interagieren. Das dritte Möglichkeit wäre, Modalitäten zu verbinden, zum Beispiel Gesten und Stimme. Und diese Idee existiert schon sehr lange, weil das ja eine Art und Weise ist, wie wir auch miteinander reden. Das heißt, wenn ich jetzt euch fragen würde, gebt ihr mir mal das Glas da hinten, dann würde ich etwas sagen und auch dahin zeigen, damit ihr wüsstet, welches Glas ich denn eigentlich meine. Und inspiriert von so einer Idee hat der Richard Bolt schon 1980 überlegt, ob wir nicht auch in der Art und Weise mit Computern interagieren können. Und das schauen wir uns jetzt in diesem Video einmal an. Create a yellow circle there. Create a cyan triangle there. Put a magenta square there. Create a blue diamond there. move that there. Move that there. Put that there. Move that below that. Move that below that. Move that below that. So, und hier haben wir gesehen, dass die Technik, also Software und Hardware, natürlich Teil der Interaktionstechnik ist. Und definieren werden wir Interaktionstechniken so. Das heißt, das ist eine Kombination aus Hardware und Software und die ermöglicht uns, mit dem Computer zu interagieren, um Aufgaben zu erfüllen und einfach mit dem Computer das zu machen, was wir machen wollen. Also E-Mails schreiben, zeichnen oder aber auch Dateien löschen. Und Interaktionstechniken können ganz verschieden aussehen. Die können effizient sein, das heißt schnell gehen oder auch wenig Fehler machen. Die können sich elegant anfühlen, wie zum Beispiel so eine Gesteninteraktion mit Sprache, wenn die quasi klappt, wenn die Technologie uns das erlaubt. Die kann intuitiv sein und auch Spaß machen. Aber Interaktionstechniken können auch langsam sein. Die können sich unelegant und kompliziert anfühlen, schwer verständlich sein und auch frustrierend. Das heißt, das Konzept der natürlichen Interaktion zählt darauf ab, uns eben Interaktionstechniken ans Herz zu legen, die sich natürlich anfühlen, die keine Lernkurve benötigen, die elegant sind und von daher auch Spaß machen. Das heißt, wir wollen hier das menschliche Verhalten, also was wir bereits wissen über die Art und Weise mit Objekten zu interagieren, das wollen wir nutzen für die Mensch-Computer-Interaktion. Und Bill Buxton, den wir ja schon kennen, hat gesagt, in NUIs, also natürlichen Nutzungsschnittstellen, da nehmen wir halt die menschlichen Fähigkeiten, also die Fähigkeiten, die wir schon haben, aus der Interaktion mit der realen Welt und wenden die auf die Mensch-Computer-Interaktion an. Und wichtig hier ist, den Kontext zu beachten, weil ein Sprachinterface wird erst einmal als natürlich angesehen, weil wir ständig unsere Sprache benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Das muss aber in der Mensch-Computer-Interaktion nicht immer natürlich sein. Das heißt, es ist vielleicht natürlich und elegant und sinnvoll bei der Interaktion im Auto. Das heißt, hier haben wir ja unsere Hände, sind beschäftigt, das heißt, die Hände sollten wir vielleicht nicht unbedingt nehmen für eine zusätzliche Interaktion. Unsere Augen sind abgelenkt, weil die sich auf das Fahren konzentrieren und Sprache wäre hier eine freie Modalität. In einem Raum aber, wo mehrere Leute sind, vielleicht auch Leute, die wir nicht kennen oder die vielleicht lesen wollen, ist Sprache weniger geeignet und von daher muss der Kontext beim Design von einer natürlichen Interaktion berücksichtigt werden. Zum Design von NUIs hat sich Joshua Blake Gedanken gemacht und hat hier vier Design-Guidelines konstatiert und herausgestellt. Das heißt, auf der einen Seite die sofortige Expertise, also das Wissen, was wir als Nutzer mitbringen, dann progressives Lernen, die direkte Interaktion und die kognitive Beanspruchung. Was heißt das im Einzelnen? Das heißt, die Vorerfahrung, die wir mitbringen, die soll berücksichtigt werden. Das heißt, wir wollen die Fähigkeiten, die wir haben, wieder benutzen. Zum Beispiel bei der Gesteinteraktion, wenn wir so, wenn wir quasi unsere Finger auseinander bewegen und hier eine Datei größer wird, dann fühlt sich das natürlich an, weil ein flexibles Material, das wir mit derselben Geste quasi behandeln würden, würde ja auch größer werden. Von daher ist das ein sehr gutes und sehr oft verwendetes Beispiel für eine natürliche Interaktion. Wir können aber auch wissen, was wir von anderen Computerprogrammen zum Beispiel kennen, wiederverwerten. Also wir haben bei verschiedenen Programmen gleiche, zum Beispiel Funktionen oder gleiche Icons, hinter denen sich dann die gleichen Funktionen verbergen. Hier jetzt mal als Beispiel, das ist Paint. Um ein Bild auszuschneiden, haben wir hier dieses Icon und die Beschreibung zu schneiden. Das finden wir auch in PowerPoint und in Photoshop. Das heißt, alles, was wir einmal gelernt haben, können wir immer wieder anwenden. Dann das Lernen, also das Schritt-für-Schritt-Lernen heißt, dass wir für Neulinge, die eine Software oder ein Interface zum ersten Mal verwenden, hier noch Hilfen anbieten, die dann nachher wegfallen bei Experten und Expertinnen, weil Experten und Expertinnen wollen dann oftmals schneller mit einer Software zum Beispiel umgehen und diese Lernkurve oder diesen Pfad des Lernens überspringen. Und das finden wir, das kennen wir von den Shortcuts, das finden wir bei der gängigen Software und bei allen Programmen, die wir so benutzen, zum Beispiel hier, das ist das Beispiel von Illustrator. Dabei bearbeiten haben wir auf der einen Seite ein bisschen langsamer, aber auch einfacher, alle Möglichkeiten zur Bearbeitung unter dem Punkt, unter dem Menüpunkt bearbeiten, versteckt, was wir dann auswählen können, was ein bisschen länger dauert. Und für Experten sehen wir hier die Shortcuts und die erlauben uns, wenn wir ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Programm haben, viel schneller damit zu interdieren. Dann die dritte Richtlinie für die natürliche Interaktion wäre die direkte Interaktion. Hiermit meint Blake, dass die Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Interface sehr direkt sein soll. Direkt heißt hier, dass das, was wir tun, sofort als Interaktion verstanden werden soll, also als Eingabekommando. Und als Beispiel wird hier zum Beispiel das Kinect-Interface hinzugezogen. Das heißt, wenn ich mich bewegen würde vor einem Programm, das als Input-Device die Kinect hat, würde meine Bewegung sofort in einen Input resultieren, in einen Programm-Input. Dann eine hohe Frequenzinteraktion heißt, dass wir hier kontinuierlich Daten sammeln und das halt als Eingabe für so ein natürliches Interface dienen würde. Und als drittes wäre der Kontext, das heißt, wir wollen den Nutzer nicht überbeanspruchen und von daher soll die Art und Weise, wie wir hier mit dem Nutzer interagieren oder diese Interaktion gestalten, sehr einfach sein und nur das zeigen zum Beispiel, was gerade interessant ist für die Interaktion. Das vierte wäre, die mentale Beanspruchung minimal zu halten. Das heißt, der Nutzer soll nur über, eigentlich nur daran denken, was er oder sie gerade machen möchte und nicht über die UI, also das Interface selbst. Das heißt, wenn ich zeichne mit einem Interface, soll ich eigentlich nur an Zeichnen denken und nicht darüber nachdenken, wie ich jetzt den Stift auswähle, wie ich jetzt die Hand bewege, damit der Input adäquat als Eingabe funktioniert. Das heißt, ich muss auch schnell zeichnen können und mich nicht ausbremsen, weil ich immer denke, kann das Programm mich denn schnell genug trecken? Und es soll auch möglich sein, es soll auch einfach sein, das heißt, das Interface soll einfach sein, sodass unsere kognitiven Ressourcen frei sind, freigestellt sind für eventuell komplexere Aufgaben, die wir mit dem Computer machen sollen, weil der Computer ist am Ende ja nur unser Werkzeug und das Werkzeug soll uns keine kognitiven Ressourcen wegnehmen. Das heißt, Message hier ist, keep it simple, also gestaltet die Interface ist einfach, verwendet Dinge, die wir schon wissen, die wir schon gelernt haben und macht alles schnell, flüssig und intuitiv und dann haben wir eine natürliche Art und Weise, mit dem Computer umzugehen und damit verabschiede ich mich und beende dieses Video. Vielen Dank!